Auf dem Circuit de Barcelona feiert der Seat Leon Eurocup 2015 sein Saisonfinale. Seit 2008 trägt Seat bereits diesen Markenpokal aus. Die Teams bereiten sich auf das bevorstehende Rennen vor. Aber alle wissen, es wird sehr hart. Auch der Vorjahressieger Paul Rossell vom Dimbabwe Poirot stellt sich auf ein hartes Rennen ein. Ich denke, es ist eine tolle Meisterschaft, es gibt viele Fahrer. Es herrscht ein starker Wettkampf zwischen den Top-Fahrern, denn alle wollen gewinnen und fahren entsprechend aggressiv. Dementsprechend schwer ist es aufs Podium zu fahren. Wenn man dahin will, muss man kämpfen. Nach sechs Europa-Rennen starten der Spanier Paul Rossell vom Team Bapurot Motorsport und der Norweger Stian Paulsen von Paulsen Motorsport mit 72 Punkten gleichauf in das alles entscheidende Rennen um die Meisterschaft. Die seriennahen Leons verfügen über einen 2-Liter-Vierzylinder-Turbomotor mit einer Leistung von 330 PS. Gefahren werden zwei Sprintrennen von 50 bis 60 Kilometern Länge. Paul Rossell konnte das erste der zwei pro Rennwochenenden gefahrenen Rennen vom Start weg dominieren. Im zweiten Rennen reichen ihm dann die eingefahrenen Punkte aus dem ersten Rennen, um die Meisterschaft zum zweiten Mal nach 2014 zu gewinnen. Bis zum nächsten Mal!